Ich möchte mich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. DSGVO, wieso brauchen wir das eigentlich? Das ist ein Gespräch, das für euch jeden Tag mindestens einmal, egal ob an der Supermarktkasse oder wo auch immer. Wie die Datenschutzgrundverordnung aufgepoppt ist oder auch vor zwei Jahren noch, da war das irgendwie so ein Dschungel. Niemand hat so recht gewusst, es lauert so die eine oder andere Gefahr im Hintergrund. Ich muss sagen, für mich war das vor drei Jahren genauso ein Thema. Ich betreibe verschiedene Internetportale, beschäftige mich mit Daten, mit Informationen und dann habe ich mir gedacht, super, was darf ich jetzt überhaupt noch? Muss ich meine Geschäftsmodelle ändern etc.? Das heißt, ich habe einen sehr praktischen Zugang zu dieser Thematik gehabt, habe mich dann immer weiter hineingetigert, engagiere mich ehrenamtlich im Arbeitskreis für Datenschutz und in sonstigen Bereichen und habe auch ein Handbuch gemeinsam mit Kollegen entwickelt und mein Ansatz ist Sharing is Caring oder sagen wir so, wie die Open Source Philosophie auch ist. Man dachte, na gut, ich kann all das, was ich da für mich jetzt ausgearbeitet habe, habe jetzt für mich behalten oder ich gebe es halt einfach weiter, freue mich auch über Feedback und mir ist bewusst, dass ich hier in einem Saal vor lauter Experten sitze. Das ist halt, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Das sind halt so meine Gedanken bzw. in Kombination mit den von den Kollegen einfach zur Anregung. Warum möchte ich eingehen? Also überhaupt einmal diese Thematik, wieso brauche ich das eigentlich? Dann ein Beispiel einer strukturierten Vorgehensweise und dann haben wir auch noch eine Handlungsempfehlung ausgearbeitet, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Wieso brauchen wir das eigentlich? Ja, in den meisten Gehirnen ist das halt so drinnen. Es geht um viel Papiermüll, den man hier produziert. Das ist es aber eigentlich genau nicht, sondern es geht darum, dass man sich mit seinen Datenanwendungen, die man tatsächlich hat, auseinandersetzt. Also all die, die nur ein Muster hergenommen haben und wobei die Vorlagen sehr gut sind, aber halt das nicht individualisiert haben, das sind genau die, die jetzt im zweiten Run sind und dabei sind, das Ganze zu individualisieren. Mein Lieblingsspruch zu dieser Thematik ist, frage nicht, was du für den Datenschutz tun kannst, sondern was der Datenschutz für dich tun kann. Datenschutz ist gleich IT-Sicherheit, ist gleich Unternehmensstabilität. Es ist halt nicht so eine putzige Geschichte, man muss sich schon umfassend damit beschäftigen und was wir immer gemacht haben, ist, wir haben so ein Hi-Why-How-What entwickelt. Also wieso, was muss ich machen und was soll im Endeffekt dabei rauskommen? Für viele war das Thema Strafen vermeiden, das haben wir bewusst ganz unten hingestellt, sondern es geht vielmehr um Unternehmensstabilität. Ich bin auch ehrenamtlich bei der WKO Cyber Security Hotline tätig und da merkt man, es gibt einfach einen Zuwachs an Anrufen, Firmen, die irgendwelche Probleme haben. SEO-Fraud ist immer wieder ein Thema, etc. Dann haben wir das Ganze mit der Effizienz. Wenn ich mich jetzt schon mit der Datenschutz-Grundverordnung auseinandersetze, dann kommen die Unternehmen erst einmal drauf, welche Datenanwendungen haben sie und vor allem, wo haben sie diese? Also das ist ein Aufräumen, damit kann man vieles verbessern, etc. Und dann aber will ich zu diesem Punkt Strafen vermeiden und da ist es immer so, dass die Leute sagen, naja, die Behörde, die straft ja eh nicht, die sollen ja nur verwarnen, etc. Bitte ein guter Punkt, sagen Sie Ihren Kunden, es geht hier nicht nur um die Strafen der Datenschutzbehörde, es geht sehr stark auch um Schadenersatzrecht zum Beispiel für die Leute, für die das der Trigger ist, denn jetzt gibt es halt einfach genauere Regelungen, bessere Vorstellungen von dem, was State of the Art ist und was man tun sollte. Jetzt kurze Frage ins Publikum, was glauben denn Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, was ist das, was Ihre Kunden am meisten motiviert, die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen? Bitte jeder einmal die Hand heben, einmal für Unternehmensstabilität. Gut, einer. Wer glaubt, der Effizienz ist ein Thema? Auch eine, zwei, das sind schon ein bisschen mehr. Und wer glaubt, die Strafen sind das? Okay. Gut, das Lustige ist, wenn man bei Vorträgen, wo es wirklich um die Zielgruppe dann geht, ist doch Unternehmenseffizienz auch ein Thema, wobei ich muss sagen, ich tue das normal ein bisschen länger ausführen. Im Endeffekt geht es aber einfach darum, wo die Leute Angst haben, Geld zu verbrennen. Das ist einfach der größte Trigger. Und wenn man ihnen sagt, hey, schau mal, wer im Unternehmen hat denn überhaupt im Notfall irgendwelche Zugangsdaten etc. Dann ist das ein Thema. Wir haben das im Arbeitskreis nämlich auch ein bisschen unter den Kollegen durchfragt. Knapp 100 Leute. Und das waren so die Fragen, wo wir gemerkt haben, damit kann man die Leute am besten hervorlocken. Also einfach einmal die Frage, wie lange darf denn das Unternehmen entstehen? Ein Tag, drei Tage, zwei Wochen, Produktionsausfall etc. Ist das ein Thema für dich oder nicht? Wie schaut es mit der Aktualität von Backups aus? Es ist so eine einfache Thematik, aber daran scheitern leider viele aus unserer praktischen Erfahrung. Und dabei geht es ja, wie wir alle wissen, nicht nur darum, wenn man die Leute fragt, naja, kannst du auf die Daten der letzten zwei Tage, der letzten zwei Wochen oder der letzten zwei Monate verzichten, sondern es geht auch um die Frage, naja, wenn jetzt etwas passiert ist mit einem Trojaner, der hat etwas verschlüsselt, etwas manipuliert etc. Man kommt vielleicht erst drei Tage später drauf, habe ich auch noch ein anderes Backup, das entsprechend nicht korrumpiert ist. Und dann dieses Thema, wie hoch ist die Abhängigkeit von irgendwelchen anderen Protagonisten? Ihr kennt das sicher auch aus der Erfahrung heraus, früher, vor fünf oder zehn Jahren, da hat man vielleicht Webseiten gemacht, da hat dich keiner gefragt, wo ist denn das gehostet? Wo ist denn der Quellcode? Etc. Und das sind dann aber ganz interessante Themen, wenn man auf diese Weise hinterfragt, nicht nur was die Website anbelangt, genauso es gibt Firmen, da hat vielleicht nur eine Person den Zugang zum Online-Banking, es gibt Firmen, da hat vielleicht nur die Assistentin die Zugangsdaten vom Social-Media-Account, wenn mit dieser Person irgendwas passiert, Urlaub kann man ja noch planen, aber Unfall oder die scheidet aus irgendeinem anderen Grund aus, dann haben die auf einmal Probleme. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen juristische Fragestellungen, aber die sind natürlich auch noch ein Thema, was darf ich überhaupt etc. Aber da wird dann der Nino weiter drauf eingehen. Dann das Thema, wie funktioniert die Umsetzung? Hier bitte ganz wichtig, einfach, dass man festhaltet, dass es eine interdisziplinäre Sache ist. Wir haben funktionale Themen, dass man mal überhaupt versteht, was passiert im Unternehmen, welche Prozesse muss ich adaptieren etc. Dann geht es um die ganzen technischen Sachen, wie schütze ich überhaupt meine Daten, was passiert, wenn einmal was passiert und dann natürlich die juristischen Themen. Und hier ganz klar muss man halt einfach auch sagen, dass für das eine ist der Jurist, der Experte, für das andere ist der IT-Dienstleister, der Experte. Und dann gibt es natürlich noch die Unternehmensberatung, Prozessberatung, Digitalberater. Und auch interessant, wenn man halt einmal sagt, ja, was brauche ich denn im Endeffekt überhaupt? Viele Unternehmen sagen jetzt, ja, die DSGVO, die haben wir eh schon umgesetzt. Ja, das hilft bitte, wenn man da mit ein paar, mit so ein bisschen Checklisten mäßig ein bisschen daherkommt. Einmal sagt, hey, wie ist denn das bei euch überhaupt geregelt? Wenn zu eurem Mitarbeiter, wer sagt, ja, er verlangt eine Datenauskunft, weiß der, was zu tun ist etc. Ja, bis hin zu den ganzen Unterlagen. Dann immer das Thema, ist das Ganze jetzt Raketenwissenschaft oder nicht? Ich sage eher nein, es ist aber durchwegs ein Aufwand, dem man sich bewusst sein muss. Und lang damit beschäftigt, auch im Austausch mit Kollegen, wie schaffe ich das denn, dass ich jetzt möglichst alle Zusammenhänge irgendwie abbilden kann. Sowohl wie die Datenanwendungen ausschauen, aber auch, dass ich auf die einzelnen Ziele komme, die ich in der Datenschutzgrundverordnung überhaupt umsetzen möchte. Auch, dass ich halt, wie eingangs erwähnt, nicht einfach nur Papiermüll produziere, sondern Unterlagen, mit denen ich wirklich was anfangen kann, die ich auch aktuell halten kann. Unterlagen, aus denen ich auch tatsächlich etwas rauslesen kann. Zum Beispiel, wenn ein Datenschutzvorfall passiert, dass ich weiß, okay, das Notebook ist jetzt abhanden gekommen, welche Daten waren jetzt bei einem Notebook eines Vertriebsmitarbeiter wirklich oben, wie waren die geschützt, wie riskant ist die Thematik. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Betroffener herkommt, ein Kunde oder ein Bewerber und sagt, sag mir mal, welche Daten du über mich gespeichert hast, damit ich ihm auch sagen kann, was da tatsächlich Sache ist. Und wir haben da so eine strukturierte Vorgehensweise erarbeitet, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Ich weise immer darauf hin, dass das jetzt ein bisschen umfassender ist. Es kommen jetzt dann noch keine lustigen Katzenfotos mehr in der Präsentation, sondern es geht wirklich um Struktur. Und zwar haben wir dieses 1-2-3-Peer-Modell entwickelt, das wir auch auf Creative Common License gestellt haben. Also kann bitte jeder von Ihnen gerne verwenden. Hier geht es einmal in der ersten Ebene darum, dass ich die Datenanwendungen eines Unternehmens überhaupt einmal grob erfasse. Ich fange an bei den einzelnen Abteilungen. Hier bitte ein ganz interessanter Punkt. Dieses Modell, das ich jetzt vorstelle, das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein EPU ist, ein Verein oder ein Konzern mit 100 Millionen. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise, es sind immer die gleichen Zusammenhänge etc. Die Abteilungsebene soll einfach nur darum als Segmentationsebene dienen. Dann habe ich die einzelnen Verfahren pro Abteilung. Ich sage jetzt zum Beispiel eine Buchhaltung oder meine Webseite. Und dann ist genau dieser Zwischenschritt, der zu einem normalen Verfahrensverzeichnis unterscheidet, ist, dass wir hier noch einmal die Anwendungen extra erfassen und dokumentieren etwas, das man sowieso im Prozess machen muss. Denn ich muss mir ja alle einzelnen Sub-Applikationen, alle Papierformulare etc. anschauen, um diese dann in einem Verfahren auch dokumentieren zu können. Wir sagen halt, wir machen das ganz bewusst, halten das auch fest und uns nur dann im Verfahrensverzeichnis wieder zusammenführen. Aber ich sage halt zum Beispiel eine Buchhaltung, die besteht auch bei einem Ein-Personen-Unternehmen aus einer Ausgabenrechnung, aus einer Auflistung aller Ausgabenrechnungen, Rechnungsnummern etc. Und dann gehe ich eben wirklich pro Anwendung vor. Bewusst eben, wie gesagt, diese Unterscheidung zwischen den einzelnen Anwendungen, weil es ist zwar nett, wenn ich jetzt ein CRM-System habe und das ist verschlüsselt und hat ein Berechtigungsmanagement etc. Wenn das Ganze aber dann parallel ausgedruckt wird und dann ist das im Aktenordner, der gleich am Empfang liegt und dort aber total ungesichert, dann habe ich wieder eine Schwachstelle. So, dann diese normalen Themen, welche Datenkategorien kommen drin vor und wie sensibel sind die. Dann vom Zweck zur Rechtsgrundlage bis hin zur Aufbewahrungsdauer, bitte hier schon auch essentiell immer auf den Stichtag achten, weil sieben Jahre ist ja nett, aber ich muss wissen, ob die sieben Jahre nach Ablauf des Geschäftsjahres, nach dem letzten Kontakt, nach dem Absage einer Bewerbung sind etc. Und dann haben wir die Protagonisten, hier einfach auch wirklich wichtig zum Erfassen, dass ich weiß, das ist etwas, was die Datenschutzbehörde auch gern hört, dass ich weiß, wer bekommt denn diese Daten dann aller. Die Quelle ist natürlich auch interessant, hier geht es auch um Artikel 13, Artikel 14 der Informationspflicht, dass ich hier entsprechend unterscheiden kann. Und was wir hier zusätzlich zu den Anforderungen des Verfahrensverzeichnisses gemacht haben, ist, dass wir auch den Ablage- und Speicherort in das Modell mit aufnehmen. Und zwar, wieso? Weil ich dann sage, Ablage- und Speicherort ist eben jetzt zum Beispiel der Aktenschrank, das ist jetzt das Notebook, das ist jetzt der E-Mail-Speicher und genau zu diesem Ablage- und Speicherort habe ich dann auch ein technisch-organisatorisches Maßnahmenpaket, das ich dann entsprechend zuordnen kann. Das ist das Ganze nochmal im Big Picture, wie gesagt in zwei Stufen und halt hier auch diese Trennung zwischen den einzelnen Disziplinen. In der Praxis durchlaufen wir das halt dann einfach in verschiedenen Tabellen und spezifiziert halt die einzelnen Punkte in einem Top-Down-Ansatz. So hat man halt auch den Vorteil, dass man auf nichts vergisst und alles, was man gemacht hat, dann in einer späteren Stufe spezifizieren muss. Jetzt haben wir dazu noch das Ganze auch verschriftlicht, gemeinsam mit Kollegen von der IT-Security-Experts-Group. Wir haben ein Handbuch, das jetzt auch demnächst publiziert wird. Das ist in einem Zwölf-Punkte-Programm gekliebtet, angefangen wirklich von Sensibilisierung über Projektmanagement, die Analyse bis hin zur Umsetzung und Dokumentation. Was wir hier gemacht haben, ist zu jedem Kapitel eine Zusammenfassung und zwar genau deshalb, damit man es leichter hat im Gespräch mit den Klienten. Dass man sagen kann, hey wir machen das jetzt, das ist das Ziel, das ist der Nutzen aus diesem Prozessschritt für wirklich für dich, für dein Unternehmen. Eine kurze Beschreibung, dann noch einmal die Einzelschritte, die Fragen, die man dem Unternehmen stellen muss etc. Das ist wirklich pro Kapitel so aufgearbeitet und was wir gemacht haben, ist, dass diese Kapitel hier entsprechend, dann auch auf dieses andere Modell umzusetzen sind, umsetzbar sind, sodass man hier wirklich schön strukturiert nacheinander vorgehen kann. Das mit den Disziplinen ist natürlich ganz grob erläutert. Natürlich stecken zum Beispiel, überall gibt es Schnittpunkte, zum Beispiel juristisches Wissen brauche ich natürlich auch für meine Abläufe, für meine Schulungen etc. Wie gesagt, das sind Ansätze, die stelle ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich auch über Mitarbeit. Bitte, wenn jemand hier aktiv mitarbeiten möchte, schreibt es mir bitte eine E-Mail an vl.lv7.ms. Für alle anderen, die gerne Zugriff, ein Preview haben möchten auf dieses Handbuch, gerne via Anmeldung über mein Newsletter, schickt es mir eine E-Mail an jaichwill.lv7.ms. Ich fasse das dann als schlüssige Handlung auf, dass ihr auf dem Newsletter drauf sein wollt. Datenschutzerklärung gibt es auch dazu. In diesem Sinne, sonst stehe ich auch immer für Fragen noch gern zur Verfügung.